Miraculous, send me the best Es war ein Beweis, dass ich dieses Ding eine Realität machen kann. Und wenn ich auf das schaue, dachte ich, es ist ein Traum für uns. Ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, dass ich dabei sein darf. Vor allen Dingen, weil mein großer, ein riesengroßer Miraculous-Fan ist. Von daher konnte ich damit zuhause so richtig glänzen, dass ich das gemacht habe. Es ist ein Liebesfilm, es ist ein Film, wo man sogar draus lernt. Und am Ende des Tages, klar, ein Familienfilm. Also jeder kann das damit anfangen. Ich wollte wieder nach Volsagen gehen, weil wir das Gefühl haben, dass es ein Familienfilm ist. Es gibt also nicht viele Firmen, die sich familieorientiert haben. Volsagen ist der erste, in der Geschichte der Fahrer, zu sagen, wir wollen die Fahrer zu allen, der Familie. Wir lieben den Beetle, weil es Teil der französische Kultur ist. Auch wenn es ein deutscher Fahrer ist. Die Idee, die ich dann mit ihnen diskutiert habe, ist, müssen wir denn einen klassischen Bug haben, oder können wir nicht viel kreativer in eine Richtung denken, wo es um einen Elektro-Bug gibt, den es so in der Form gar nicht gibt. Und das fand das Studio spannend. Wir sind beide verbunden. Wir sind irgendwie, wie Volkswagen ist ein Auto. Wir sind Produkte, wir machen Filme. Aber wir haben einen gemeinsamen Grund in der emotionalen Storytelling. Drei, vier Wochen, bevor die ganzen Premieren losgingen, haben wir gesagt, wir müssen das eigentlich irgendwie in die reale Welt bringen. Und wir haben es einen Tag vor der Weltpremiere in Frankreich fertig bekommen, direkt da hingebracht, ausgepackt. Wunderbar. Wir wünschen wirklich, dass dieses Film die neue Generation helfen wird, zu glauben, in sich selbst zu glauben, in den Zukunft zu glauben, sehr optimistisch zu sein. Und deswegen lieben wir die Idee, dass es ein gröner Fahrer ist, ein ökologischer Fahrer ist. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar.